Hi, ich bin John. Ich bin 24 Jahre jung, professioneller Radsportler und fahre für das Team Peer und das Team Thüringen. Außerdem bin ich hier Werksstudierender bei der TechArt GmbH im Bereich Marketing und besuche ein Fernstudium in Ansbach an der Hochschule. Ich besuche den Studiengang International Management, bei dem einem alle Geschäftsabläufe von Großunternehmen aufgezeigt werden. Und da war für mich recht schnell klar, dass ich eher der kommunikative und kreative Typ bin und ich deshalb im Marketingbereich landen werde und nicht zum Beispiel als Controller, wo man sich den ganzen Tag mit Zahlen beschäftigen muss. Um alles Gute in deinen Hut zu bekommen, muss man natürlich seinen Tagesablauf gut durchstrukturieren. Durch mein Fernstudium wird es mir ermöglicht, meine Lernzeit flexibel zu gestalten. Und auch bei der TechArt wird mir durch Homeoffice und flexible Arbeitszeiten der Luxus geboten, dass ich meinen Radsport ganz normal ausüben kann und sozusagen meiner Passion nachkommen kann. Würde ich meiner Oma erklären, was ich genau bei der TechArt mache, würde ich ihr erklären, dass ich die TechArt unterstütze, in den sozialen Medien erfolgreich zu sein. Wieso TechArt? Ganz einfach, ich habe ein Unternehmen gesucht, was in Erfurt ansässig ist, denn ich komme aus Erfurt, ich liebe Erfurt, ich finde Erfurt schön. Und es ist noch fünf Minuten von mir entfernt und ich kann Praxiserfahrung im Bereich Marketing sammeln und das wollte ich. TechArt hat mich überzeugt durch die gesunde Work-Life-Balance, die einher geboten wird und zwar in Form von Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten. Aus dem Wortmensch und Arbeitgeber, der mitten in der Stadt ist und so modern und kreativ wie hier. Klein aber fein. Kreativität. Geschmackssache. Internet of Things. Flexibel. Virtuell. Barista. Beats per Minute. Teilweise. TechArt.